Herzlich Willkommen bei WASD Plays. Hier ist wieder euer King Sarkasmus und wir spielen Sie Fighter. Mal schauen, wie schnell ich wieder reinkomme in das Game. Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Seltsame Gefährten waren wir. Das ist, glaube ich, die... 1, 2... Ich weiß es nicht mehr. Schleichen Sie sich ein. Schleichen Sie sich ein. Suchen Sie den Hohe Priester und warnen Sie ihn vor dem Schwindler. Töten Sie keinen Amariten. Ich gebe mein Bestes, sage ich mal so. Mystischer grüner Nebel. Boah, ich bin echt total raus gerade. Und das sieht doof aus. Äh, what the fuck? Ich habe noch gar nichts gemacht. Okay, ich habe da anscheinend irgendwie gerade was getriggert. Da konnten Sie die Lagen und suchen Sie die Amariten. Interessant. Der ist tot. Und er stinkt. Und erkunden wir mal die Lage. Noch ein Toter. Der nicht stinkt. Hat nichts dabei. Können wir nichts nehmen. Ich werde jetzt trotzdem mal hier so ein, zwei Wege abklappern, wie wir wissen, wer die Missionen im Geheimauftrag gesehen hat. Der weiß ja, dass es hier nicht weiter gibt. Dennoch möchte ich das hier einmal abklappern. Es ist gerade Sonntagmorgen, wenn man es so möchte. Und zwar so um kurz nach zwölf. Nachts. Ich bin vor, zack, anderthalb Stunden, einer Stunde circa, plus minus, von der Arbeit gekommen. Und dachte jetzt, ach, beginnen wir den Sonntag doch mal richtig geil. Und spielen die Runde Tief weiter. Da kann der Tag darauf doch eigentlich nur geil werden. Wieso ein schlechtes Gefühl? Der stinkt doch nicht mal. Bei dem da hinten hätte ich ein schlechtes Gefühl. Der würde mir schlecht werden, meine ich. Der hat irgendwann mit Steinen rumgeschmissen. Der sieht echt gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das die vorletzte Mission? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, oder? Boah, aber hier ist tatsächlich überall weiterhin nicht zu viel. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nehmen wir sonst den Haupteingang. Wir hätten zwar jetzt die Möglichkeit auch... Aber jetzt können wir natürlich auch ein bisschen rumtricksen. Wir haben ja so ein bisschen Pfeilchen, aber wirklich nur ein bisschen. Alter, im Ernst? Nicht mal normale. Scheiße. Ja gut, was soll's. Äh, brauchen wir hier nicht weiter rumeiern. Aber einmal geguckt haben, wollte ich wenigstens. Oh, mein Gott. Was ist hier geschehen? Die sind tot, Mensch. Die ganzen Hammeriten. Oh, jetzt haben wir ein paar Pfeile. Ja, die Hammeriten. Ja, ähm. Ja, hier. Ja, hier. Die Hammeriten, Burp. Hö, hö, ich darf hier rein. Wieso ist hier hinten eigentlich hell? Kann doch keiner sehen. Und schöne Pfeile einsam überall. Na gut. Bluten wir noch die andere Seite. Also wirklich am besten so viel Pfeilgedöns wie möglich einsammeln. Ich glaube, die werden wir noch brauchen. Ich glaube, die sind nicht so viel Pfeile. Warum kann Gary jetzt nicht eigentlich mal aufgeben, einfach sagen, boah ne, da habe ich keinen Bock drauf, drehen wir um, gehen nach Hause, machen einfach die Augen zu. Und machen mal das, was man nachts eigentlich tun sollte, und zwar schlafen. Wo ist denn der Kackvogel jetzt? Oh, ich hasse sie. Oh, das wird ja immer schlimmer. Ich glaube, wir werden hier hart in die Eier treten gerade. Verflucht. Sieht aus, als wäre Konstantin vor mir angekommen. Ach recht, wie kommst du denn da drauf? Ihm reicht's langsam. Oh Gott, klingt halt diesen gammeligen Fröschen. Oh, ist diese scheiß Spinne hin? Das war doch ne rote, oder? Habe ich mich da jetzt verguckt. Wenn man da keinen Frust kriegt, dann weiß ich auch nicht. Kommt sie. Ja, ist ne rote. Wir wissen, dass das so ein bisschen schwierig ist. Was ist das für ein Fisch? Kann mir das mal wieder sagen. Ist das ne gepanzerte Metallspinne? Aber warte mal, jetzt habe ich gerade irgendwie so ein Déjà-vu. Stirb, Kartoffel! Ja. Äh, springt bei ihm? Frage ist jetzt, wo stiefelt hier was rum? Also unten haben wir ja gesehen, da läuft auf jeden Fall einer rum. Das ist der. Frage ist, sind da noch mehr? Wie viele sind hier oben? Ich habe gerade da nicht so den Überblick. Das ist ja elegant in zwei Teile gebrochen. Yeah, Pfeile! Also man muss echt sagen, die älteren Spiele, die sind zwar von der Grafik und von der Logik her, wegen der Grafik, sind sie doch recht stumpf. Manche Sachen sind einfach irgendwie, oh, sie sind, ja, das wirkt irgendwie stumpf. Aber von der Atmosphäre her und von der, ähm, von der ganzen Storyline her, ist es nicht vergleichbar mit neueren. Das kriegen kaum welche ansatzweise so hin. Ach ja, das meine ich übrigens mit stumpf. Wieso hängt das Teil in der Mitte? Warum liegt es nicht unten? Das sieht so doof aus. Oh mein Gott, Käse! Haha, du bist tot. Now you're blind. Ich glaube, das klemmen wir uns noch, was abgeschlossen ist, sollte abgeschlossen bleiben. Schauen wir das nochmal auf der anderen Seite. Ja, hallo, ich würde da gerne, äh, darf ich? Danke. Oh, coolio. Das wird ein Bomben-Spaß. Okay, äh, es tut mir leid. Bücher! Nein, 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 bitte nicht schon wieder. Oh, Leute, zwingt mich bitte nicht. Ich möchte nicht. Ich glaube, die haben wir schon alle mal durchgelesen. Wenn ihr mich nicht leiden sehen wollt, dann bitte verzichtet darauf, auf diese Lektüre. Ja, ja, ja. Blabla, Hunger, blabla, kein Essen, blabla, irgendwohin oder irgendwas zeigen. Okay, hier ist es auch irgendwie ziemlich tot. Hm, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Dann legte der Bauer seinen Hammer nieder und nahm seinen Meißel bei der Hand, schmeidigte den rauen Juwel und formte ihn in seinem Wille. Jede Aufgabe hat sein Werkzeug und jedes Werkzeug eine Aufgabe. Oh yeah, blabla, 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 blabla. Oh Gott, ihr könnt ja gar nichts, ihr könnt ja nicht mehr verteidigen. Ich würde jetzt mal behaupten, da unten geht's irgendwie weiter. Hören wir auf, hier rumzuschleichen. Hier oben ist wohl nichts. Upsala, Entschuldigung. Scheiße, wenn wir doch mal lieber geschlichen. Scheiße, wenn wir doch mal lieber geschlichen. Boah, 46 Pfeile haben wir jetzt. Ist ja geil. Ich würde sagen, wir warten eben, bis der Kaspar Kopter kommt. Und dann... Na los. Hey. War noch gerade... Boah. Yeah. Jetzt bist du dran, du beschissener Fickfrosch, sage ich ja. Ich weiß ja gar nicht, wie viele da unten rumlaufen. Wird nicht der letzte gewesen sein. Ich weiß, ich weiß, ich speichere schon wieder viel zu oft. Okay, da riecht irgendwer oder irgendwas. Hier bestimmt gleich ein im Gesicht, ey. Ja, die Befürchtung habe ich auch, du. Aber ich weiß, was Balkone sind, du auch. Hm, hat er schon aufgegeben. Ne, hat er nicht. Aber er redet nicht. Der hat nur Zuckung und es kommen keine Geräusche, wenn ich hier stehe. Awesome. Fucking ey, das ist scheiße. Vernichten Sie wen? Moment mal. Vernichten Sie alle Insekten-Dämonen. Bitte wer? Bitte was? Ist jetzt euer Ernst? Ich komme. Ich komme. genau jetzt aber auch ein bisschen so glück so von wegen das glück ist mit den dummen ja gut hier hin war ja sowieso nichts darunter können wir nicht mehr wenn sie warum hier überall hell ist und warum nie was in diesen kisten ist die haben gar keine daseinsberechtigung okay dieses let's play auch nicht aber mann gut oh mein gott es ist brot mörtel kann nicht halten wenn der stein nicht rein und stark ist achte vor beginn eines streams auf seine körperliche und geistige gesundheit heißt ich müsste nie arbeiten das sind nicht ganz clean denn das haben wir mit leile alle festgestellt ach du leck mich doch nirgendwo was drin was soll denn das das ist so die ganze zeit einen augenwinkel zu behalten ob ich irgendwo jetzt noch irgendein froschfichter rauskommt die viecher sind echt scheiße ach nee warte mal ich habe den falschen knopf gedrückt wieso war das schon immer ja doch das war schon immer so fuk fuk Das ist eine super Sache. Ich würde den Trank ehrlich gesagt gerne noch behalten. Die Mission wird wohl lang genug werden. Daher wäre das jetzt echt scheiße geworden. Ich habe einen Hälber Teller. Ich habe einen 3.5 Teller. Ich habe einen Hälber Teller. Ich habe einen Hälber Teller. Oh, du Scheiße. oh fuck und alles gefliest was zählt denn alles unter Insekten-Dämonen oder wie das Fisch jetzt hieß das würde ich jetzt gerne mal wissen, zählen auch Spinnen drunter wo nur diese komischen ähm Kackviecher da die Insekten auskotzen haha getroffen ach fuck naja ist ja nicht so als hätten wir die nicht irgendwie so umsonst gekriegt ne oh cool, da lag ja noch Käse crazy macht schzen auf wir können ... ... ... ... ... oh oh die hat gelitten das war eine grüne die ist jetzt dahin die vier sind irgendwie nicht so ganz so frisch Hauptsache sie sind tot also die roten sind ja wohl richtig scheiße ja ich weiß nicht, wir werden sowieso gleich sterben also schließt sich die Tür hinter mir ab, wenn ich rausgehe oh nee ernsthaft oh mein Gott wir haben tatsächlich mal was gefunden in seiner Kiste ja, nee muss nicht sein ähm, nein, das auch nicht oh, nice ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals so viele Tränke gefunden habe ich glaube hier einfach nicht genau nur geschaut natürlich ja wow, ich könnte ein paar Blumen mitnehmen ein nettes Geschenk für den Waldfürsten weil er uns hat äh, ja am Leben gelassen oder sowas ähnliches zumindest denn hier nur noch ein Auge ok, da ist auch zugeschüttet ok, da ist auch zugeschüttet so, wieder unlogisch ich bin da drunter und trotzdem alles heller leuchtet da liegt auch nichts rum außer dem Bild von irgendeiner Frau ich glaube die Wege da rechts und links, die können wir uns klemmen das sieht doch schon mal wieder schön aus also echt, ähm, ich bin anscheinend hier noch nie großartig gewesen ähm, ich bin anscheinend hier noch nie großartig gewesen ähm, ich bin anscheinend hier noch nie großartig gewesen ich habe so ein bisschen Fails mit der Kamera gerade ich bin wohl doch nervöser als ich glaube ähm, ich bin wohl anscheinend noch nie wirklich überall lang gegangen in dieser Mission sondern immer recht direkt dahin, wo ich hin musste anders kann ich mir nicht erklären, dass ich so viel jetzt finde, wovon ich eigentlich gar keinen Plan habe oh mein Gott ich bin erfüllt mit Leere also der Weg hier runter für eine Blitzbumm ist doch echt ein bisschen mager also der Weg der Welt aber zum Beispiel oder der Weg der Welt also der Weg der Welt also der Weg der Welt so schön und da Untertitelung des ZDF, 2020